Auf über 50 Jahre Erfahrung blickt der Meisterbetrieb H. Joachim Gebhardt in Hofgeismar-Hümmel zurück. Er wird heute in dritter Generation von Kai Gebhardt geführt. Zu den Leistungen gehören unter anderem alle Arbeiten rund um Heizungsanlagen mit Öl, Gas oder Brennwehrtechnik. Hier können Sie auch die Ölversorgung und Anlagenwartung beauftragen. Die top geschulten Mitarbeiter erledigen außerdem sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Bad- und Sanitärinstallation. Großes Fachwissen beweisen Sie zudem bei der Errichtung von Lüftungsanlagen für die kontrollierte Luftzu- und Abfuhr. Mit beeindruckendem Know-how steht Ihnen das Team von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung stets fachkundig zur Verfügung. Gerne informiert man Sie über alternative und energiesparende Methoden unter Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien. Sie haben einen Notfall? Die Mannschaft der Firma H. Joachim Gebhardt ist dafür rund um die Uhr erreichbar. Das ist ein Notfall? Die Mannschaft der Firma H. Joachim Gebhardt ist dafür rund um die Uhr erreichbar.